Ach egal. Du bist momentan gar nicht mal tankiger als ich, aber Kopf hoch, du hast mehr Life Rack. Du darfst vorne stehen. Nein! Ich verstehe! Drauf! Ey, yo, ich hab festhalten, ne? Wir können hier schon mal richtig drauf draschen und so, ja? Ich werd dann auch nen Auto-Tag Q-Ulti Q machen. Auto-Tag. Das wäre dann halt mein Geschw... Q-Ulti?! Meine Ulti ist, äh, der Wechsel der Waffe. Ja. Dir davon nachfangen an. Jace ist OP. Ja. Aber dafür bin ich im Late-Game nicht so stark. Ja. Weil ich halt keine Team-entscheidende Ulti hab. Das heißt, solange ich CC im Team hab, äh, ist Jace relativ lächerlich. Weil er einige Skills hat und alle davon... Oh, wir haben Gang-Play mit. Pass auf, pass auf, pass auf! Ja, ich weiß, ich weiß. Hä, warum Gang-Play mit denn? Entweder für Disconnected oder ich darf mich jetzt freuen. Fuck you. Nimm dieses Blade und fang es. ÄAHH, nächster! Töt ihn! Hab ihn. Gut Job. Ja, jetzt sterb ich aber noch. Scheiß drauf. Stefan! Nimm deine Health-Pot! Deine Health-Pot! Warum? Bringt euch... Ich laufe! ich könnte eigentlich auch bei gehen ich habe sowieso auch philosoph aus was macht er für einen schaden das ist was macht er für einen scheiß dort ist das immer wieder basta der scheiß einfach nur lächerlich der kennt sich um sich bei unten und also kann es vladimir vladimir kann es deutlich länger und kriegt währenddessen live spiel und slot den gegner aber die 20 prozent neben ja aber es lot den gegner und macht schaden und hat lifestyle auf der fähigkeit wenn du ein bisschen später gekauft das macht er steht einfach der mit mehr der mensch dazu verbraucht dann so ich hole mir voll magieresistenz und so ne das kannst du gerne tun dann fange ich mit einem banshee's wählen nein ich fange mir mit t3 ja magiere sehr gut sagen ja gut das kannst du natürlich auch machen das macht auch irgendwie mehr sind gegen den kommt runter doch nicht wir haben sowieso gerade kein hier und also es ist noch dieser insta flash einfach gar nicht verbraucht so ein bisschen stands dance das ist halt wegen meiner träne der göttern naja das ist mir eine scheiße das war geil aber der gang klang ist nicht tot wie der blitzkrieg riechen kann ja und genau wo ich meine kugel gecastet habe also genau in der sekunde wohl die wand aufgestellt hat ist er hat auf dem busch gerammt haben wir mit dem wort aufzustellen oder so ok hat weg mir egal ok der flash war jetzt irgendwie ziemlich lächerlich und fürs ja weil er genau dann geflasht hat dass ich mein kugel gemacht habe und vielleicht zu einem anderen scharf fliegt da ist dann nämlich nicht mit sondern er fliegt wirklich nur zu dem punkt wo er hin soll was ja auch so ist wie es sein soll aber an der anderen scharf fliegen dann halt mit greift da kann ich habe ja den fiss den fiss ich habe keine assist für den bekommen was den scheiß ich mach den blitzkrieg jetzt gleich einfach push mal bitte bis zum tower durch ich habe ja auch so ja eben einfach fix rein springen und dann wieder weg darf ey ich will aber ein ding nimmst warte 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 ich weiß ein e drauf ja danke läuft na die botlane läuft doch und ich mag jace einfach vom spielstil her auch wenn ich ja er ist auch cool er macht unglaublich viel spaß aber er ist halt lächerlich stark deswegen spiele ich in letzter zeit nicht wirklich gern weil er einfach nur op ist kunden kopf dass ich mich jetzt mal weg stefan naja geh ich jetzt auch gleich back ich kann mir nichts mit meiner mude kaufen wer braucht er ist so smart ehrlich warum wird eigentlich herz aus gold entfernt weil sie blitzkrieg umbringen wollten weil die hat ah geil wollten blitzkrieg töten das hat dann nicht geklappt das war der einzige das war der einzige und what the tie for feed bot Paul 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 Kumpel ah ich habe grad Rumpel verstanden ne Kumpel Freund Kamerad Kameraden Kameraden und Kameräder Warte Kennst du das nicht? Nein Kameraden und Kameräder Boom Autsch Runde beschreibt Jayce Lächerliches Part 1 Gute dich dazu dass er einfach ein kranker Bruiser ist und ein Ranged AD Carry hat er noch Nidalee's Q-Skill mit nem AOE eingebaut Feel with it Naja Naja auf Entfernung skaliert das aber nicht mit Schaden Ja aber es macht einfach denselben Schaden so ziemlich Ja ist wirklich so Und das im AOE das ist schon so leicht lächerlich Was skillst du eigentlich Stefan in W? Ja Bader Maukei Gibt genug die den E-Skilln weil sie halt harassen wollen aber wir haben genug harass durch mich Ich bin ein ordentlicher Deng Danke Ja ja Das Siege Minion hat er Kann ihm keiner nehmen Fuck Hm lol Boom shakalaka Was? Ah Funktioniert die Ulti auch auf dem Tower? Welche Ulti? Meine Das weiß ich gar nicht Wollen wir es deinen Vergleich mal ausprobieren? Achso dann meinst du die Damage Verringerung oder was? Natürlich Äh ich glaub die funktioniert auch bei Towern ja ich bin mir bin ich sicher Ich will aber eigentlich gar nicht Tower Diven nicht gegen den Fizz Das ist Selbstmord Ah stimmt auch wieder Äh stellst du mal bitte in den Water an den River ich fühl mich grad ein bisschen unsicher Looks like Joe Matt Okay danke Ich bin einfach nochmal Diven wenn ihr wollt ich komm dazu Hm ok Wenn Cutter dabei ist dann sind wir natürlich eine Überzahl was den ganzen Gang auch Sinn verleiht Okay komm Gut dass ich nicht ein Kill aus der Aktion bekommen habe Gut dass ich den Support nicht bekommen habe Ah das war gar nicht irgendwie cool Ah egal ich hab die auch so Ah der war nice Switch um? Ach Brauch ich gar nicht mehr Ach du hast du schon durchgefuscht mit den Minions? Das ist nice Sag mir sowas doch Es war einfach cool wenn der Fitz einfach seine Ege also sein Hochspring gemacht hat weißt du während du ähm deine Kugel macht und ich konnte einfach ganz leicht ran Ja 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 Er wollte hat mein äh Auto tag dort und deswegen Wollen wir die Tower machen schon? Ja ja klar Der Team hat einen Turm zerstört Scheibe doch Aber interessant ey Kaum spielen wir Annie und Trashed Bot ne Kommen die Gegner auch mit dem AP Carry Mhm Nur haben sie vor den Fail AP Carry genommen Nee Fizz ist gar nicht mal schlecht Sobald der Level 6 ist hat er seine Ulti was ziemlich lächerlich im Botlane Schaden bedeutet Fiora Gang äh Konter Gang äh Einfach so hart Ja und krieg von ihm deswegen auf der Stelle Warte 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 doch auf mich Warte doch gar nichts Genius Ja wir könnten die aber voll fighten So Ey Junge Ich bin auch da Große Miner Leute ich hab gleich meinen Speed Ich dachte eigentlich wir gehen da jetzt rein Wollen wir dann befreit der Tatsache dass die Akali da gerade gegen die Irelia kämpft Is der Akali da ist doch klar dass sie gewinnt Äh Würde ich nicht so sagen die war grad eigentlich ziemlich low In AP Können eigentlich den Tower zu Ende machen Deswegen Oh ne Wollte sie nicht Sie will nicht dass du den Farb klaus Ne sie will nicht dass der Tower durch gepusht wird sie vielleicht noch weiter farm Sag ich ja Genau das habe ich doch gerade gesagt aber nein Und was geht denn Eigentlich nicht ganz Die W von Cutter mit AD Was sollen das also klar wenn man Hextech Revolver und so holt aber Hextech Gunblade dafür ist was gemacht Die Ulti skaliert doch auch auf AD Alter bin ich langsam what the fuck Du hast 395 du bist nicht viel langsamer als die Annie vorhin Das kommt mir aber so langsam vor weil das einfach so ein fetter Baum ist Das mag sein dass es dir so vorkommt ist es aber nicht Dann Ja Aber Ja 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 also brot ist ich habe jetzt auch gerade gefällt aber aber das geil egal macht nichts war gut das war zu geil hättest du das noch überlebt wäre das richtig cool gewesen ja aber ich habe es geklickt weil ich wusste nicht dass es so schnell darum geht deswegen hat sich mein cooldown reset gemacht ich meine nichts vergeigt sie sind so schlau sie kämpfen von akalys fällt die ganze zeit denken wie sie haben durch ein vorteil oder so glaube ich wenn ich mal karlysfeld kämpfe nervt deutscher gut bleiben auf der lane stefan egal der mensch der mache kein klang gar keinen weil ich meine ich habe gemacht haben ja sie ist diese kugel einfach ja sie hat trotzdem etwas damit gemacht aber das war schon besser aus er hat einfach die hälfte weg möchtest du nicht mein freund sein was für eine behinderte ee kubad die war das denn da doch gut job ich weiß was ich kann und was ich nicht kann der jace habe ich als er rauskam gesuchtet wie ein verrückter freak so um festzustellen dass der lächerlich okay ist der schleunige ohhhhhh shiiiit neka ey wenn einer von uns gegrabt wird dann aber bitte nicht liegen danke wie er mich holen will wie er mich holen will er ist geil auf mich wie er geflasht hat die habe ich als erstes auch gar nicht gesehen ja ich schwirr book hier wo haben wir kamen weiß ich sie so ach da kommen geht da kämpfen macht da kommen wir haben verloren gg ich will den gang fang machen los mach ihn ja dann mach du doch mit du bist der typ der damage macht ah nein ich hab mein ulti nicht frei aaaaaaah idiot du hast einen gestorben dann schiert nigger hast du das geld hast du das ich verwerblich hast ich kann mich nicht warte nein lass doch oh er soll jetzt herkommen warum hört der mal wieder auf uns zu das nervt mich grad voll ja dann greif ihn doch an worth it und so warum bist du mit deinem eh nicht gedeutscht oder zur seite gelaufen oh ich bin braindead ich weiß nicht dachte vielleicht gönne ich jemandem kill ahja whatever nein das war dumm ja das wirklich das sind wirklich so sachen die das bezeichnen echt jaja what the fuck fuck ich krieg da nigger what yeah er ist einfach deinem auto attack ausgewichen hab Angst ich kann meinen auto attack ausweichen und was übrigens du sagst ich hab die andres torments fertig ne mhm akali hat ihren hexte gunblade fertig und giants belt und ruby crystal ja ich weiß die hat auch acht kills ja eben und mehr farm du hattest halt nicht so viele kills und farmen deswegen hat es mich gewundert kann ich AP maokai spielen klar kann man AP maokai spielen könnte er jetzt eigentlich nicht ich mache es aber nicht ich bin tank man Buster ist wenn ich tank bin dann bin ich tank ich spiele nicht solche champs auf AP oh ja dieser grapp gib ihn mir ja ich weiß ok ist auch cool ich NEED ich NEED einfach weil wir es können ich würd sagen wir helfen als erstes der alcaldi im flying check actually needs help siehst du hey leute fightet mal nicht ohne mich ich bin einfach mein kopf akari ist erschöpft meister und meintest du bringst ihre elia so was von meiner zu mir kommen die zu mir bringen er bringen hier aber ich habe nicht mal das ist dafür für die bekommen was zu sterben ich bin einfach stehen geblieben obwohl der tower gleich kam ich hab's gesehen du bist ein retard nix neues wozu machen sie eine skalierung mit der ulti und der w wenn das überhaupt gerade zu null ist guck mal ich hab 98 ad und ich hab gerade mal plus 6 das ist nur junge das ist die bonus ad da kann doch nicht noch die grund ad mit dazu gerechnet denn bist du das wahnsinns dann hast du doch von anfang an richtigen vorteil das ist nur die bonus ad einfach damit sich nextech gunblade auch hier mehr lohnt das ist damit du dir wirklich mehr offensiv stats baust anstatt dass du wirklich sie auf tank baust sie wollen ja dass du mit katharina wirklich all or nothing spielst weise also entweder machst du schaden oder du bist nutzloses stück kacke so wollen sie dass ich hier mit kacke oben drauf schlecht mit schlecht oben drauf ist auf die oberkommandantin von noxus also von daher ja und sie ist entweder schlecht oder nicht dieses busenwunder von noxus okay 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 nein du stirbst nicht heute nicht wirklich auch bei dieser w ein treuer mauer baum stuft immer mit seinem stück du bist der größte katharina nicht junge du versuchst es nicht auszuweichen du bist kein guter katharina spiel du bist doch kein schlechter jetzt geh einfach rein und helft ihr mann du idiot das ist nicht mal untalentiert das ist antitalentiert du bist ein anti mensch was dort schon angeht so ich hab doch gerade ein paar kids rausgeholt für akadien mit deinem e-skill geh weg landen wollte hast du getroffen hat er getroffen darum ging es ja 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 hast ja recht gemeintes flame das meintes das meintes jungen aus meiner klasse immer so alter du bist nicht mal untalentiert so scheiße wie du bist müsste das schon antitalentiert sein du saugst das talent auf und zerstörst es einfach in seiner innersten essenz ich komme vier obermann wieso hast du dich weg geflasht fickt ich sagt er dann immer anti mensch wie heißt die band ein einmal voll hass btf es ist aus tour der haften meine halle ist langweilig die sendung muss ich ehrlich sagen die metalli schien die folgen oder hast du jetzt noch die neuen allgemeinen wenn sowohl die alten und auch die neuen ich finde es nicht wirklich lustig ich habe die serie gehasst weil bannis sind so previert wurde da diese war nicht für die meisten schon deswegen aber hat er nichts mit zu tun stimmen da stimmt sorry dann verwechsel ich gerade die serie aber ich habe es auch ziemlich gesehen man kannst du mich mal ein paar lassen lassen ja du bist gefiedert alter du kapierst gar nix du kannst nichts deutschen du kannst nichts verstehen alter er meint als die akadis zu gefiedert dann meint die realia so höh du bist auch gefiedert ich möchte deutsch doch fragen und wieder meine last uns geklaut ja oh stürm diesmal ich helfe dir nicht ich bin ich jump einfach warte kommt 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 und der grab alter ich kann das besser als tot ich bin fucking langsamer baum oh mein gott und den schlagen ich verstehe es nicht hörst du wie die warze knarzen ich bräuchte mal hier jetzt mach mal den tower hast du den deutsch gesehen was die blitzprinke noch mal hallo ich helfe ihm oh wait mein jetzt gleich hat ich weg genommen und er stirbt am ende doch geil ja